14 Möglichkeiten, einen Spot zu verunstalten. Ja! Hallo, ich bin Feuerwehrmann. Pff, Feuerwehrmann. Ich bin eine fucking französische Katze und jetzt hol mir mein Baguette, damit ich dich verprügeln kann. Zunächst einmal... ...schüttel ich einfach etwas Alkohol zu meinem Alkohol. Nichts passt besser zu Alkohol als Alkohol. Ups, da ist aus Versehen mein T-Shirt runtergefallen. Passiert. Runtergefallen? Ästhetisches Löffelabschlabern. Bleh! Ich trinke immer bei der Arbeit, weil man muss ja erstmal seinen Brand löschen, bevor man einen anderen Brand löscht. Ich mag Kanuta mit Butter. Liebe Kinder, trinkt keinen Alkohol, wenn ihr nüchtern seid. Oder unter 18. Ich habe gestern Abend Tetris gespielt und beinahe ein Leben verloren. Gut, dass ich noch einen Triforce hatte. Hallo, ich bin Jerome und ich bin staatlich geprüfter Zwiebelzüchter. Mein Sixpack ist so hart, man kann sogar Parmesan draufreiben. Bösen Ananas. Geht nicht ins hohe Gras, Kinder, denn da lauern Hunde und Giraffen. Prost. Mein Sixpack ist... Papa! Ich krieg's nicht gesagt! Mein Sixpack ist... So schlecht. Oh! Ah, es ist schlecht! Sacré bleu! Ich habe gar kein Baguette nach ihm aus! Wieso holt er eine Katze? Sacré bleu! Ich habe gar kein Baguette nach ihm aus! Oh mein Gott, ich... Ich kann nicht mehr... Sacré bleu! Ich habe kein Baguette... Tja, 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 tja. Tja, tja, tja. Tja, tja.